Sorry. Hallo, hey, herzlich willkommen, guten Morgen zu dieser fantastischen Folge von Moin Moin. Heute ist meine Power-Folge am Start. Habt ihr Bock auf eine Power-Folge? Habt ihr Bock? Seid ihr da? Habt ihr Kraft oder was? Ha! Leute, heute geht's los. Heute machen wir ein bisschen Radau. Heute ist Kraft dabei. Heute am Freitag, dem 4.4.50.02. Heute geht's richtig los, Freunde. Ich bin dabei. Ich hab Kraft. Ich hab Power. Habt man das gesehen, Leute? So starten wir heute in den Tag. Pass auf. So geht's los heute. Bam! Leute, heute ist ein guter Tag. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr seid dabei. Hashtag Moin Moin. Seid ihr mit dabei? Das ist mein, ich glaub, das ist mein Signature-Move. Das ist ab jetzt mein Signature-Move. Das mach ich ab jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwo auftrete. Ist das mein Signature-Move. Ich weiß, ich hatte ja mal Karate-Unterricht. Ich sag mal so, ich hatte mal Karate-Unterricht unterwegs. Und mein Bruder hatte Taekwondo-Unterricht. Und es war dann immer so ein bisschen so ein Ding. Also man hat schon immer, wenn man sich über den Mittagstisch die Augen sich getroffen haben, kam schon immer so dieses... Was anzeigt, dass man in Asien ist und irgendwas mit Kampfsport zu tun hat. Kommt immer... Einfach, damit es klar ist, dass man krass ist. Weil sonst weiß ja niemand, dass man krass ist. Und eines Tages hab ich diesen Move gemacht. Und da hat mein Bruder schon so ein bisschen... Okay, krass. Ist schon ein krasser Typ. So, der ist talentiert auf jeden Fall. Weiß ich noch, da hab ich überhört, wie mein Bruder meiner Mutter gesagt hat, Hey, der ist acht Jahre alt und er kann den Sprung kick. Ist ein talentierter Typ. Deswegen sag ich mal, hab ich da auch... Ich hab ein gesundes Selbstbewusstsein meiner Kampfkunst gegenüber. Auf jeden Fall. Ich glaube, heute wird ein geiler Tag. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, heute wird's richtig gut. Heute wird's richtig gut. Das ist auch so ein Ding. Diese Regenwahrscheinlichkeit. Hat das irgendwann jemals jemandem geholfen? Diese, also zu sagen, 27% Regenwahrscheinlichkeit. Also nehm ich mit einer 27%ig Wahrscheinlichkeit ein Regenschirm mit. Das ist völliger Quatsch. Vor allem, das kann jeder immer behaupten. Also, Prozentzahlen sind ja völlig nutzlos. Also, angenommen, du sagst jetzt heute 27% Regenwahrscheinlichkeit und dann regnet es nicht. Dann sagt es nichts darüber aus, ob deine Wahrscheinlichkeit falsch oder richtig war. Weil du kannst dir sagen, ja gut, das war halt dann jetzt vorhersehbar, dass es nicht regnet. Und wenn's regnet, sagst du ja 27%. Das heißt, Prozentvorhersagen sind nie falsch. Nie. Egal, was es ist. Weil man kann rückwirkend nicht wissen, ob die Prozentzahl richtig war. Weil sobald es mal passiert ist, hat man nicht mehr die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, man kann alles prozentual voraussagen. Ich kann auch sagen, mit einer 40%igen Wahrscheinlichkeit wird heute vielleicht noch ne richtig geile Sendung um 20.40 Uhr kommen. Und ihr wisst nie, ob es wirklich der Fall war, weil man dann nicht weiß, ob's wirklich so war. Das heißt, Vorhersagen mit Prozentzahlen sind einfach fucking faul, weil sie nie falsch sind. Und das ist ja Quatsch. Weil wenn eine Vorhersage, die nicht falsch sein kann, kann auch nicht richtig sein und ist völlig nutzlos. Dann kann ich auch meinen eigenen Wetterdienst vorher sagen, der einfach alles mit Prozentzahlen vorausballert. Und zwar hat mir jemand hier was geschickt. Und zwar gab's da anscheinend, ich bin immer so eineinhalb Jahre hinterher. Ich krieg jetzt mit, Moment mal, was ist da passiert? Fußball. Hier eine Reddit-Aktion, wo es ein ganz weißes Blatt Papier gab und man konnte ein Pixel drauf machen. Alle fünf Minuten konnte man ein Pixel drauf machen. Und dann hat man einfach geguckt, was passiert und was Leute so machen. Und das ist entstanden. Das finde ich ganz schön. Schön, die deutsche Flagge erstmal entsteht. So direkt erstmal, was ist das? Ist das ein neues Land? Sprich mal in der Polnisch erstmal holen. Finde ich gut. Und dann einfach um den Ersten Weltkrieg oder einfach die gesamte Stimmung zwischen 1900 und 1945 zusammenzufassen. Hier die kleine französische Flagge entsteht und die deutsche Flagge. Und ihr wisst ganz genau, wohin das führt. Ihr wisst ganz genau, was passiert. Wir haben's einfach im Blut. Wir können nicht anders. Es ist einfach so, wenn man sieht, oh, da ist ein anderes Land hier in der Gegend. Das will ich haben. Und wir haben noch so viele schöne Panzer. Was soll man denn machen? Und selbst im Internet, selbst in dieser friedlichen, friedliebenden Zeit, kann es natürlich nicht anders sein, dass die irgendwann sagen, komm, jetzt einmal noch. Die kriegen wir. Und los geht's. Und los geht's. Die deutschen Truppen marschieren wieder. Da geht's los. Und sie sind kurz davor. Ramm, 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 ramm. Und fressen Frankreich einfach auf. Ich find das wunderschön. Ich find das großartig. Und die Franzosen hauen ab in den Norden. Genauso wie es im Ersten Weltkrieg auch passiert ist. Deswegen auch hier geschichtsrelevant an der Stelle. Ähm, diese kleine, dieses kleine Nachspiel. Wie viel, also ich mein, jetzt in der Nazi-Zeit zum Beispiel, da hatte die Regierung ja sehr viel Einfluss. Die haben ja alles kontrolliert und gleichgeschaltet. Und alles in den Medien haben die kontrolliert und so. Aber gab's dann nicht auch so Leute, die dann, ähm, also jetzt zum Beispiel, du hast so ein Freibad. Und dann sagst du, okay, jetzt passt Nazis in der Macht, okay, alles ist jetzt nationalsozialistisch. Und dann gehst du als Freibad-Besitzer zu Hitler und sagst dann so, pass auf, ich bin bereit für die Gleichschaltung. Was soll ich ändern? Und Hitler so, ach so, ja. Boah, Freibär, das stimmt. Also wenn du, wenn du so viel Einfluss hast, also wie ich jetzt mit Spiegel Online, verstehst du? Dass, also wenn, also ich bin jetzt Hitler und Spiegel Online ist die deutsche Bevölkerung. Und Spiegel Online frisst mir aus der Hand und macht, was ich will. Plötzlich hab ich eine Verantwortung. Und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich glaube, so ging's Hitler auch oft. Der dann sagt so, oh mein Gott, ey, Freibäder sind mir scheißegal. Macht mal irgendwie keine krummen Rutschen mehr. Keine, nee, nee, macht mal die krummen, die müssen alle weg. Verbrennt die krummen Rutschen und macht nur mal so lange gerade Rutschen. Ja, okay. Nächster, oh, Jesus Christ. Maroni-Stände, ja, da muss sich einiges ändern, Freunde. Legt euch erstmal fest, Maroni oder Maronen, Maroni raus, Maronen-Stände. Und verkauft nur noch Maroni in ungeraden Anzahlen. Next, einfach und so. Weil die alle wollen wissen, was jetzt los ist, wenn die plötzlich so viel Einfluss haben. Und dann kommt jeder Trottel da vorbei. Ich hab so ein T-Shirt-Print-Shop, wo man so lustige Sprüche auf sein T-Shirt drucken kann. Ja, okay. Erstmal überall ein Hakenkreuz mit dazu, egal wie lustig der Spruch ist. Irgendwie, keine Ahnung. Und kein Gelb mehr. Kein Gelb mehr. Und komm, nächster. Einfach. Da könnte man eine lustige Sketch-Serie machen, glaube ich. Einfach so Leute, die zu Hitler kommen und einfach ihn nerven den ganzen Tag. Und die generell immer so, ey Leute, Entschuldigung, Stalingrad läuft nicht so gut. Und er so, ja, ja, ja. Eisdielen, pass auf. Man kriegt ab jetzt immer diese geile Waffel, auch wenn man nur eine Eiskugel kauft. Also es gibt nicht mehr, ihr kennt diese Scheißwaffel, die man kriegt, wenn man nur eine Kugel ist. Gibt's nicht mehr. Ab jetzt kriegt jeder diese Waffel, die man mit zwei Kugeln kriegt, auch bei einer Kugel. Alles klar. Done. Einfach alles nochmal neu regeln. Also apropos Nazis. Ich hab, ich hab letztens, ich hab ein bisschen in Erinnerung gekramt, weil ich im Urlaub war und auch bei meiner Familie war und dann so ein paar Sachen durchgegangen bin. Und da hab ich eine Sache gefunden, die hat mich tief beeindruckt. Und zwar war ich in der Schulzeit, hatten wir immer so Schulausflüge natürlich. Und das hab ich auch mal im Almost Daily Klassenausflug erzählt. Wir hatten die KKK-Tage. Naja, in Bayern ist das halt so. Weißt du, in Bayern ist es halt so. Da fährt man dann halt zu den KKK-Tagen. Und das war irgendwie so Kommunikation, Kontakt und Coolness oder sowas. Und KKK-Tagen. Und ich erinnere mich noch ganz genau, da gab's dann ganz viele dumme Kommunikationsübungen, wo einfach keiner überhaupt Bock drauf hatte. Wo man genau weiß, das ist einfach Zeitverschwendung. Niemand will das, da ist es dann auch. Und vor allem, da gab's dann auch dieses Eier-aus-dem-Fenster-Schmeißen-Ding, das ihr wahrscheinlich kennt, das ihr schon niedergemacht habt. Jeder kriegt ein Ei. Und das muss man dann irgendwie so, dann kriegt man irgendwie drei Strohhalme, irgendwie eine Unterlassungserklärung und vier Stapel Hör-zu-Magazin. Und dann muss man da irgendwie dann so was draus basteln irgendwie, dass es dann irgendwie, wenn man es aus dem Fenster wirft, nicht kaputt geht. Irgendwie sowas in der Richtung. Und da gibt's dann immer so Legenden, auch um diese Sachen. Weil da ist dann der Jugendherbergenleiter, der sein ganzes Leben lang nur schlecht gelaunte Jugendliche erlebt, sein ganzes Leben lang. Kommen die einen weg, kommen die nächsten. Und der hat dann erzählt, ja einmal, da gab's einen, der hat aus diesem Ei, der hat einen Hubschrauber gebaut. Und der wurde dann auch Luftfahrttechniker. Und anscheinend, was der gemacht hat, ist, der hat aus, anscheinend hatte man da drei Strohhalme dazu. Und dann hat der aus den Strohhalmen eine Hubschrauberkonstruktion gebaut, sodass dieses Ei an dem Hubschrauber runtergeflogen ist. Und so wie ich die Legende verstanden hat, sogar das Ei irgendwann selbstständig geflogen ist. Und nicht nur nicht den Boden erreicht hat, sondern sogar an Höhe gewonnen hat und einfach davon geflogen ist. Und der wurde dann auch Luftfahrttechniker. Wie auch immer man das noch erfahren haben will. Also hat der da nochmal angerufen bei dem... Das sind immer so diese Sachen, aus dem wurde dann. Wo man sich immer fragt, woher weiß man das? Hat der dann... Also wie ist diese Information zurückgekommen? Ruft dieser Jugendherbergenleiter alle 20 Minuten bei dem an? Und was bist du geworden? Oder hat der sich irgendwann nochmal gemeldet? Hallo, guten Tag, Klausen. Ja, genau, ich war in der 9. Klasse mal bei Ihnen zu Hause im Jahr Jugendherberge. Und vielleicht erinnern Sie sich, da habe ich diese Hubschrauber... Ja, genau. Ja, genau, mit den Strohhalmen. Ja, genau. Ja, 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 ich weiß. Verrückt, verrückt. Total verrückt. Genau. Ja, ich wollte nur kurz sagen... Ähm... Nee, ich habe kein Handtuch vergessen, glaube ich. Nee, das war... Ich kann mal rumfragen. Ich habe keinen Kontakt mehr zu denen. Ich bin, wie gesagt, über 40 mittlerweile. Ich frage mal. Okay. Ähm... Genau, ich wollte nur anrufen und sagen, ähm, dass ich mittlerweile Luftfahrttechniker bin. Genau. Okay. Ja. Alles klar. Ah... Ist... Ja. Ich sag tschüss. Alles klar. Tschüss. Und er ruft dann einfach nochmal sämtliche Orte an, in denen er je gewesen ist, um anzurufen, ich bin jetzt Luftfahrttechniker. Was heißt das denn, Luftfahrttechniker? Ja. Soll ich da jetzt auch anrufen? Soll ich da anrufen und sagen, Freunde, ich spiele Age of Empires auf Rocket Beans TV? Sodass ich sagen kann, der eine komplette Vollidiot, der irgendwie sein Ei einfach komplett eingepackt hat, runtergeworfen hat, kaputt gegangen ist und der sich dann hinter die Hecke verzogen hat, sodass niemand sehen kann, dass er ein rohes Ei ist? Soll ich da nochmal anrufen und sagen, dass der Typ erzählen kann, der spielt Age of Empires auf Rocket Beans TV, oder was? Leute, ich ruf in der Werbung da mal an, ohne einfach um zu klären, um einfach mal auch so ein paar Negativgeschichten zu haben. Leute, bis gleich. Auf jeden Fall, wo ich eigentlich hin wollte, ich war in meinen Jugendtagen in den KKK-Tagen und da gab es dann ganz viele so bescheuerte Sachen, die man machen musste, einfach nur um Zeit zu verschwenden. Da gab es dann auch so, man saßen alle im Kreis und dann sollte man seine Schuhe irgendwo hinlegen und dann sollte man seine Schuhe so legen, dass sie in der Konstellation zu den anderen Schuhen liegen. Also jemand, den man mag, zu dessen Schuhe hat man sich nah hingelegt und jemand, den man nicht mag, hat man sich weit weggelegt. Natürlich innerhalb, nach fünf Schuhen hatte jeder vergessen, welche Schuhe wem gehören, sodass dann jeder, also der, der als Siebter dann kam, immer fragen musste, wem gehört der Schuh? Der Stefanie. Ja, Stefanie, nicht so. Und dann wirklich, es wurde immer schlimmer, weißt du, dann bei Personen, wir waren ja, keine Ahnung, 30 Kinder in der Klasse und dann wirklich Personen 19. Dann fragt er, ah, und das ist Anna, oder? Und dann immer die Schuhe und was? Und fucking unangenehm. Und dann gab es noch eine Aufgabe, wo jeder so einen Zettel auf den Rücken geklebt hat und dann mussten die anderen dem, was auf den Rücken schreiben, was sie an der Person gut finden oder welche Fähigkeiten sie bewundern oder so. Von mir aus. Machen wir. So. Und dann hat man da halt lauter Bullshit drauf geschrieben, weil was soll man denn an seinem besten Freund dann auch schreiben? Dann sagt sie, ja, keine Ahnung. Und dann hat die Lehrerin, die es betreut hat, erzählt, ja, und wisst ihr was, ihr denkt jetzt, das war nur eine kleine dumme Aufgabe, um Zeit zu schinden, damit ich irgendwie schön um 16 Uhr mich ausklinken kann und mit einem Eiskaffee auf die Terrasse setzen kann? Und dann, nee, und zwar folgendes, ich hatte mal ein, warte, ich glaube, es war, nee, es kann nicht sein, das ergibt zeitlich keinen Sinn. Und dann war es, ja, und zwar, es gab mal einen Krieg und da sind ganz viele Soldaten gefallen, ganz viele junge Männer und dann hat man, wenn die gefallen sind, dann geguckt, was die so bei sich hatten und bei einem gefallenen Soldaten hat man tatsächlich einen solchen Zettel gefunden, wo die Klassenkameraden drauf geschrieben haben, was sie an dem gut finden. Und von allen Dingen, die dieser junge Soldat mit in den Krieg hätte nehmen können, hat er diesen Zettel mitgenommen, auf den drauf stand, was die Klassenkameraden an ihm gut finden. Und ich weiß noch, dass selbst mein damals 14-jähriges Ich gesagt hat, what? Erstens, welcher fucking Krieg soll das gewesen sein? Als ob die Wehrmacht irgendwie so erster Tag, Schwur auf Hitler, zweiter Tag, jetzt schreibt mal jeder auf den Rücken, was er an seinem Kameraden gut findet, ich finde, du machst das mit der MG ganz toll und dann einfach das mit in den Krieg nehmen. Welcher Krieg soll das gewesen sein? Wie soll das überhaupt funktionieren? Also man kann ja Kindern ziemlich viel Bullshit erzählen, ehrlich gesagt. Aber zu behaupten, dass diese scheiß Zeitverschwendungssache, die man gerade macht, tatsächlich, also ich weiß hundertprozentig, dass wenn ich in den Krieg zähle, das erste, was ich mitnehme, ist der Zettel, auf den draufgeschrieben hat, hey, ich finde, du kannst echt gut Bogen schießen. Weil wir damals Bogen geschossen haben wegen Legolas, das war einfach cool damals. Und das ist mir so wichtig, dass ich das mit in den Krieg nehme. Welchen Krieg? Welcher Krieg war das? So ein Bullshit einfach. Das weiß ich noch, dass das damals schon so ein... Und vor allem, sehr lustig fand ich auch eine Runde, weil das war die schlimmste Zeit, diese Pubertätsphase, wo dann auch alle Jungs und Mädchen bla 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 und dann dachten die halt, wir grätschen da so ein bisschen rein. Und dann haben die so gesagt, okay, wir setzen jetzt mal, jeder darf jetzt mal frei von der Leber wegsagen, was ihnen am anderen Geschlecht nicht so gut gefällt. Also was einem nervt am anderen Geschlecht, also dann haben die Mädchen gesagt, ja, Jungs sind immer so doof und was auch immer und so. Und das war halt auch wieder so eine Zeitverschwindungsscheiße. Und dann ging das halt so im Kreis rum und dann ist immer dieser Kreisrum-Effekt, wo du genau weißt, du bist der Vorletzte. Und egal, was du sagen willst, das hat vor dir schon jemand gesagt. Und im Grunde kannst du dann nur noch sagen, ja, ich unterstütze das, was Jakob gesagt hat, was Bernhard gesagt hat und was Frederike gesagt hat, finde ich alles geil. Next. So, du hast nichts mehr zu sagen. Und dann ging das so rum und dann ging es wirklich immer so, ja, ich finde manchmal ist es komisch, weil man weiß nicht genau, was Mädchen mögen, womit man mit denen reden soll. Und nächster, und jeder überlegt sich so einen Scheiß und jeder erzählt halt irgendein Bullshit, bis motherfucking Tobi drankommt. Und Tobi einfach, weißt du, was mich richtig nervt an fucking Mädchen, ist, dass ihr ständig mit älteren Jungs rumhängt, okay? Ich habe überhaupt keine Chance, mit euch irgendwas anzufangen, weil ihr ständig mit älteren Jungs rumhängt, okay? Das geht mir mega auf die Nerven, weil es kann irgendwie nicht an sein, dass ihr irgendwie mit drei, mit der Oberstufe rumhängt, während wir irgendwie leer ausgehen. Und der ganze Raum so, jeez, what the fuck. Einfach so ein krasser Rant einfach, weil Tobi einfach mal gesagt hat, wisst ihr was? Kein Bock mehr auf euren Bullshit. Fand ich krass. Damals. Und dann ging es wieder weiter mit... Aber tatsächlich, ich weiß noch genau, auf diesem Zettel stand hauptsächlich, du kannst gut Bogen schießen. Was halt einfach damals Zeit gegeben war, weil halt ich mit meinen Freunden damals, wir haben einen Tetra Pak Eistee geholt, für 50 Cent, glaube ich, damals schon. Ja, Herr der Ringe war Euro. Für 50 Cent haben wir uns eine Packung Pfirsich Eistee geholt, haben den aufs Feld gestellt und haben alle mit unseren Pfeil und Bögen auf diese Eisteeflasche geschossen, weil das dann so cool aussieht, wenn der Pfeil drin steckt, dann spritzt er Eisteeblut raus. Und das war dann der Urukai Eistee, auf den wir alle eingeschossen haben. Das war meine Jugend. Und da haben sich anscheinend viele daran erinnert, die zu der Zeit sich irgendwas aus den Fingern saugen mussten, was einem am anderen gut gefällt. Aber ansonsten, glaube ich, habe ich nicht viele Fähigkeiten. Also wenn man sich mal überlegt, sehr guter Bogenschütze, also immer noch, wahnsinnig gut, präzise. Aber mehr weiß ich eigentlich nicht. Ich glaube, die Fähigkeit, in die ich mit Abstand am wenigsten Vertrauen habe, ist Orientierung. Es ist wirklich so, ich habe heute auch auf dem Weg hierher, ist mir jemand entgegengekommen und man merkt ja genau, wenn Leute dich ansprechen, was sie wollen und dann so dieses, können sie mir sagen, wo das Krankenhaus ist und ich in der Regel schon, bevor auch die Person nur sagt, wo sie hin will, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, überhaupt keine Ahnung, keine Ahnung, ich weiß nichts. Ich glaube, ich habe noch nie jemandem erfolgreich den Weg irgendwo hingewiesen, wenn jemand auf mich zukommt mit so einem, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wenn er fragen würde, Entschuldigung, wissen Sie, wo die nächste Straße ist? Ich habe keine Ahnung, überhaupt keine Ahnung, ich würde gerne atmen, haben Sie Luft, wissen Sie, irgendwo in der Nähe, ich habe überhaupt keine Ahnung, nichts, keine Ahnung, überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, wirklich Orientierung ist meine schlechteste Fähigkeit, das kann ich überhaupt nicht. Und Bogenschießen kann ich richtig gut, das sind so meine beiden Skills, 0 Punkte Orientierung, 10 Punkte Bogenschießen. Beide Augen auf, ja, sehr schön, und einfach loslassen jetzt, genau, und nix da. Blau, gar nicht so schlecht. Alles gut, ich brauche so ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Ja, okay, normalerweise bin ich es gewohnt, dass die Ziele sich bewegen und dann aufwenden und so, deswegen ist das schwierig. Ist schwer so. Okay. Ja, der Gäbepunkt bewegt sich auch so ein bisschen. Ja, ja, das stimmt schon. Ja, kann ich auch so eine Pille haben. Also normalerweise ist es schließlich vom Pferd aus, deswegen ist es so. Achso. Ist es eine kleine Umgebung? Also du reitest gern. Richtig, richtig. Aha, aha. Naja, okay, komm, der Gelbe, einen Gelben treffe ich, einen Gelben treffe ich. So, halten, ja. Okay, komm schon, ein Blau muss drin sein. Ah, okay, okay. Genau so. Ja, nicht ganz gelb. Scheiße. Okay. Das war nur das Wildschwein. Ich sag mal, bevor wir jetzt den offiziellen Richter hier belangen, das Wildschwein geht an mich, glaube ich. Ach Gott. Ich glaube, das ist möglich. Ich glaube, es ist möglich. Ich glaube, wir können das schaffen heute. Ach, komm, ey, der war richtig knapp. Der war richtig knapp. Der war schön über den Scheitel. Ach, komm, guck dir das an. Guck dir das an. Ach, komm, der war wieder echt knapp, oder? Oder sehe ich das nur so? Ach, komm, Scheiße. Aber er wackelt. Ach, komm, Mann. Ey, immer so leicht nach rechts, leicht nach links. Der tanzt aber auch so ein bisschen, der tänzelt. Ach, komm. Warte, ich nehme noch einen. Einen nehme ich noch. Einen nehme ich noch. Gadammt noch mal. Ich threw 5-2-10. Bis dah ARE you. T guardieren. Jetzt da haben die andere. Bis dahin. Bis dahin.